Wovor hatten Sie Angst, als Sie ein Kind waren? Vor einem schwarzen Mann? Ein Monster unter Ihrem Bett? Oder einfach nur vor der Dunkelheit? Meist verlieren sich diese Ängste schon nach wenigen Jahren. Aber manche werden sie lange Zeit nicht los, wie Danny Johnson. Er ist zehn und fürchtete sich schon, als er zwei war, vor irgendetwas in seinem Kleiderschrank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oft fand ich Danny mitten in der Nähe. Er war eine Nacht unten in der Halle. Dass er dort schlief, war schon fast an der Tagsordnung. Hey, Danny, schätz ihn noch auf. Hey, du kannst hier nicht schlafen, das geht nicht. Ich will aber nicht rauf. Wie lange soll das Wasser weitergehen? Es geht nichts, wovor du dich fürchten wirst. Okay. Dann geh wieder ins Leben. Na los, komm. Atme aus. Auf. 1 cm Sa 這 Israel. Inito Is. Da. 2 cm Saft. Da. öğren. San Francisco. Daniel blieb in der Rolle des Außenseiters. Er bemühte sich zwar, dazuzugehören, aber die anderen hatten ihn nun mal als Fightling abgestempelt. Das Kind hatte immer noch Angst vor dem Monster. Aber so schmerzvoll das für Danny auch war, hatte er immer vor Augen, dass es noch schlimmer werden könnte. Mein älterer Sohn Ryan gehörte aufzudehnen, die Danny an dem Tag, von dem Hegel-Rede seins abfehlten. An dem Tag, der unser aller Leben für immer verändern sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020